So, der Townsend ist das Einkaufsstraße, zumindest des Westens von Berlin. Das hat sich ja alles mittlerweile an den Lüchten wirklich vernadert. Da schnell bedeckt. In die Richtung, ich weiß auch immer, in der Echteskirche. Wir gehen zum Europa-Center. Wir gehen zum Lüchten. Ich bin in Wittenbergplatz. Das ist ein Schlimmes. Was gelangt ist, egal. So sieht das nun aus. Wir haben in Richtung der Echteskirche dahinter. Jetzt bei schön blauem Himmel. Auch schon ein schönes Motiv. Abends im Himmel sollte die Schlimmes kommen. So, wenn wir uns ummelden. Wieder Richtung Wittenbergplatz gucken. Da befindet sich auf der rechten Seite, wo man den Baukran oben erkennt, dass KDB das Kaufhaus des Westens ist. So, da gehen wir jetzt rein. So, was war jetzt? So, was war jetzt? So, was war jetzt? So, was war das? So, was war das? So, was war das? So, was war das? Da ist die alte Stadt im Bergplatz. Was ist da? Das ist kein Weg. So, was war das? So, was war jetzt hier. So, was war das? So, was war das? So, was war das? Das ist gut.